Von oben geh ich auch noch mal Weideln Guten Tag Ups Da ist los Wer schießt denn da auf mich? Hey Warte auf mich Feindlichen Ingenieur gesichtet Also wenn du in das A reinschießt, da ist auch schon ein bisschen was Ich hab da die ganze Zeit jemand getroffen Da drüben Feindliche Max Einheit Im Einsatzgebiet befindet sich eine feindliche Max Einheit Ach Sorry Habi Nein Thundra hinten Durch und Thundra geschossen Wer gar nicht Wieder ein Was ist das? Aua, Aua, Aua Aua Okay Wo ist man gerade Probrieren Au, hello, wie so viel weit fährt der blöde Panzer denn noch Was ist das? Klause Ding Noch ist ein Sieg möglich Kämpft härter Kämpft härter? Das ist die Frage härter kämpfen Ich frage ob einer aussteigt Ich geh da auch nicht runter Solange mein Panzer noch lebt Gibt hier irgendeine Munition? Wo du dann rumschießen willst Neeee Weiß ich nicht Ich hab grad Bin dran draußen reparieren Sorry Das ist kackiger Das andere aber natürlich Haben die Leute immer noch nicht unseren Aufruf Folge geleistet So Chef, wenn du mich hier runter schudst dann Äh Irgendwie aber Doch der Sundara, der füllt auf Hier bei mir Schwere gegnerische Einheit Hier bei mir ist Munition Wenn du mich auf der Karte siehst Ja, ich probere Oben fahren Yeah, Munition Wollen wir mal reparieren So Mitten in die Fresse Äh Komm, trau dich Das neue Konglomerat hat die Einrichtung erobert Neue kackige Miral Bums Wieder einer Also nebenbei Es gibt hier doch äh Panzerfäuste die locken können Ja Weiß ich Da hat mich grad einer weggefettet Eieieiei Nein, jetzt bin ich aber runter Aus dem Weg Komm ich jetzt hier wieder raus Ich komme hier nicht mehr raus Ich bin gefangen Ich bin gefangen I Ich bin jetzt hier Ich bin jemandem Le�� hier geht's Oh, hoppla Na gut, na gut, tschapoloren! Hilfe! Mein Panzer ist kaputt, ihr Schweine! Nein! 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 Ich fall durch die Decke! Fuck! Ist auch noch tief, die Map! 990 Meter konnte ich fallen! Bist du, äh, äh, Fußgänger? Nee, ich hab auch nichts mehr, mein Panzer wurde schon lange zerfetzt! Scheiße! Wohin? Die doofe Tech-Blend! Oder was? Ja! Geben sie, oder machen sie einfach, also, tun sie's! Tu gut, ich komme, ach so, ich muss ja leben, sonst kann ich keinen Wegpunkt setzen! Stinkebums Tech-Blend! Blup! So! Bord wieder da, muss grad was! Muss grad was! Esen! Das kannst du doch gar nicht! Das stimmt! Sehr anstrengend! Hm... Ich flieg so rum! Ja! Los! Wird messer! Oh! Na! Das ist mal ne Sicht, hä! Wobei! Der Helm genau! Wo ist der Helm? Ja! Drei Meter von dir entfernt! Da waren viele Panzer unter dir! Quasi! Da war ich ja auch tot! Ach so! Das ist gut! Ich weiß nicht, ob das so gut war! Aber einen Panzer hab ich noch mitgenommen! Die Sau! Yes! Juhu! Genau so abgewogen, wie ich mir gehofft hab, der... unser Fahrer grad eben! Genau reingefahren! Ist verderben! Mhm! Oh Gott! Kann man hier mit? Ist das ne Flak oder ne Flak? What? Wo? Da! Ja! Panzer! Panzer oder Fußbruch? Panzer! In Richtung Süd! Wo meinst du das? Oh! Ich dachte eben! Ich dachte nur ein Panzer anfällt, ja! Ne! Da will ich nicht hin! Da schießt alles drauf! Ja! Übel! Das ist die... Station, wo... äh... Vom Himmels... richtig übel! Gibt's! Was ist mit der Station? Die ist richtig übel, weil... Da oben ist alles von der Kanönchen, die du siehst! Aua! Panönchen! Ja! Da kommt ein Panzerchen! Da kommt ein Kanönchen! Da kommt ein Kanönchen! Generator in Gefahr! Und ganz viele Panzerchen! Und ganz viele kleine Fußgängerchen! Und ganz viele kleine Fußgängerchen! Und viele Länge! Ja! Verdammt! Ich hab natürlich genau dann wieder geschossen! Wo das Kruppzeug vorbeigerangt ist! Polizioon! 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 Generator stabilisieren! Generator stabilisiert. Ich bin in die Zurufe. Ich bin aus dem Weg. Muss man direkt mal reparieren hier. Geht ja gar nicht. Zack, repariert. So, wo sind die Panzer? Natürlich alle weg, oder? Jo. Wow, wow, wow. Was haben wir denn hier? Ja, von hinten. Wo ist der? Ah! Boah. Ich bin ja weitergefahren. Nein! Nein! Jetzt habe ich jemanden abgeholt. Ich mach jetzt mal eine Max-Einheit. Aber nix zu verlieren. Außer meinen Ruf! Der war gut getarnt, der Junge. Der war echt gut getarnt. Rumpel-Rumpel aufs Dach? Nee, ne? Ich bin aufs Dach. Echt? Generator stabilisiert. Da war doch einer. Generator in Gefahr. Generator in Gefahr. Ach du schießt mit dem Max auf den Dach.